Sparrow Rennen Bist du bereit? Wechsel und Gefallene sind nah an deinen Koordinaten. Pass auf! Wir haben eine neue Crest gekriegt und zwar müssen wir eine bestimmte Menge Tore passieren. Wir haben jetzt 24%, also wir werden wahrscheinlich noch ein paar Rennen fahren müssen. Und man kriegt natürlich auch geiles Equipment, wenn man hier voranschreitet. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal Glück haben und ein bisschen coole Sachen kriegen. Und ich hoffe, dass mich die ganzen Penner hier nicht ständig wegdrängen. Das ist echt nervig. Gerade wenn man an der Spitze ist und man dann einfach weggerammt wird, kann man schon ein bisschen wütend werden, wenn man dadurch die Krone verliert. Ja, und wenn man unglücklich auf irgendeine Kante fährt und dann gleich so einen krassen Unfall baut, dass man gleich hochgeht. Das ist auch so ein Ding, wo man sich echt ärgern kann. Und ich bin ja der Einzige, der so eine Scheiße passiert. Aber Gott sei Dank kann man hier drei Runden fahren. Was machen wir denn hier? Ist das eine Abkürzung oder was ist das? Ah, so muss man die Kurve nehmen. Ja, man muss wissen, wie man die einzelnen Kurven kriegen kann. Dann kann man die auch leicht umfahren. Man muss bloß wissen wie. Komm, 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 komm. Wir brauchen den ersten. Wir brauchen den zweiten. Wenn wir uns einen gewissen Vorsprung sichern können, das wäre schon cool. Weißt du, das können wir das leider nicht. Ja, natürlich, Alter. Natürlich. Und wieder letzter. Geil. Oder vorletzter zumindest. Der Sparrow läuft. Beschissen. Sparrow läuft beschissen. Immer denn, wenn man erst ist. Es ist wie bei Need for Sweet. Immer wenn man erster ist, kommt irgendwas, wo man verkackt. Es ist genau dasselbe Prinzip. Ja, natürlich, du Assi, Alter. Dräng mich schon wieder weg hier. Komm, 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 die Kurve müssen wir wieder geil kriegen. Die Kurve haben wir geil gekriegt. Nicht schon wieder so blöd hier rauf, Alter. Komm schon. Auch schon wieder verkackt. Jetzt sind wir tatsächlich wieder letzter. Ohne Scheiße aber auch. Oh, so krass bin ich auch noch nie da hochgeschlittert. So krass bin ich da auch noch nie hochgeschlittert. Mann, Jungs, Alter. Nervt mich doch mal nicht. Alter, da oben ist eine Abkürzung. Hm, so kann man natürlich auch Zeit sparen, ne? Kann man wahrscheinlich echt eine ganze Menge rausholen. Wenn man die Abkürzung nimmt. Komm, 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 Drehrufe. Mann, dass wir dann aber auch immer nicht rumdrehen. Immer denn, wenn es knapp ist, schaffen wir die Kurve nicht. Kriegen wir die Kurve nicht. Komm, 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 komm. Piss dich. Die Krone gehört mir eigentlich. Letzte Runde. Benutz den Schub und halte dich fest. Irgendwie werde ich immer nur Zweiter. Ist komisch. Versuchen wir jetzt mal die Abkürzung zu fahren. Die die Kollegen gerade genommen haben hier. Mann, du Wichser. Tut mir leid, Leute, aber es riecht mich echt auf, ey. Immer denn, wenn man dir das entscheidende Portal passieren will, drängt dich irgendwer weg. Jetzt kommt das Ding gleich, glaube ich. Komm, 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 komm. Den ersten auf der Spur. Aber wir bleiben hier wieder hängen an den verfickten Scheißpfeiler, Alter. An den verfickten Scheißpfeiler werden wir wieder hängen. Jetzt sind wir komplett raus hier. Jetzt sind wir komplett raus. Jetzt wird's nix mehr. Und hier bleiben wir auch hängen. Wunderbar. Letzter Platz, cool. Oder fast der letzte. Ey. Ey, wenn man verkackt, dann aber wichtig. Komm, ich war in den letzten Folgen immer Zweiter. Das will ich wieder schaffen. Wir haben noch die Chance Zweiter zu werden. Wenn ich hier jetzt nicht kaputt gehe, verdammt. Sieger. Oh, geil. Zweiter wieder. 59. Warum werden wir immer Zweiter, Alter? Ich möchte auch mal Erster werden. Ich glaube, ein- oder zweimal wurde ich bisher Erster. Ansonsten immer nur Zweiter. Das war jetzt aber auch mit Biegen und Brechen. Allerdings ist die Map auch echt heftig. Da sind einige Kurven bei, die doch schon recht krass sind. Da haben wir, glaube ich, auf dem Mars oder auf den anderen Planeten halt. Ich weiß jetzt nicht, welcher das genau ist. Da ist es auf Venus. Ich glaube, Venus, oder? Da tun wir uns irgendwie geiler. Also da ist irgendwie leichter, muss ich sagen. Hier sind schon ein paar krasse Sachen bei. Ich hoffe, dass wir jetzt mal cooles Equip kriegen. Allerdings habe ich auch gehört, dass man erst geiles Equip kriegt, wenn man Rang 2 hat. Wir haben ja noch nicht Rang 2. Wir sind immer noch Rang 1. Wir müssen also noch einiges tun. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Nö, haben wir nicht. Blöd ist ein Gramm. Er hat einen 306er. Und er hat 311. Sowas will ich auch haben. Sowas will ich auch haben. Das wäre schon geil, wenn wir sowas kriegen würden. Wäre schon echt cool. Ja, gucken wir mal, ob wir jetzt das nächste Rennen auch noch gewinnen können. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Jetzt müssen wir zuerst wieder Leute suchen, glaube ich. Weil ja wieder alle weg sind. Oder weil wir gezwungen werden, einfach jedes Mal in die Suche reinzugehen. Komm schon. S-R-L. S-R-L. Missionsüberblick. Was haben wir denn hier schönes? Nix. Sonst irgendwas cooles? Hier haben wir was abgegradet. Ja, das ist die Hanfabe hier, die ich im Schmelztiegel mal testen will. Die haben wir ja gekriegt. Ich glaube, dass die... Die hat zwar eine saugeringe Feuerrate. Aber die macht bestimmt cool Damage. Und die will ich einfach im PvP mal testen. Das müssen wir demnächst mal wieder machen im Schmelztiegel. Mal gucken, was geht. Aber zuerst müssen wir noch ein Rennchen fahren. Ein Rennchen müssen wir noch fahren. Ist das jetzt schon wieder dieselbe Map? Ich bin mir grad nicht sicher. Aber wenn es jetzt schon wieder dasselbe Ding ist, dann ist es echt scheiße schon wieder. Die Entwickler haben es geschafft, nur zwei verschiedene Planeten zum Rennen zu nehmen. Alle anderen haben sie nicht geschafft. Also wieder relativ arm. Nee, wir sind auf der Venus. Das müsste... Es ist ernsthaft schon wieder dieselbe Scheiße. Ey. Wenn es doch nur zwei verschiedene Maps gibt, warum muss man denn dreimal hintereinander dieselbe bringen? Warum kann man bei zwei verschiedenen Maps nicht einfach abwechselnd einstellen? Warum muss man das so scheiße machen? Ich verstehe es nicht. Was haltet ihr denn davon, dass die Entwickler es nicht auf die Reihe kriegen, die einfach wechselnd die Maps zugestalten? Nee, wir haben jetzt schon das dritte Mal dasselbe Ding. In der letzten Folge hatten wir das Teil schon am Ende und jetzt haben wir es wieder zweimal gehabt. Das ist doch echt behindert. Das ist echt behindert. Aber so sind die Entwickler halt behindert. Wir haben aus den ganzen Fehlern noch nicht gelernt. Leider Gottes sind die ganzen Destiny-Spieler auch so treu, dass die immer noch Haufen Kohle machen mit dem Spiel. Es ist ein geiles Spiel. Es ist wirklich ein geiles Spiel. Aber die Entwickler geben sich meiner Meinung nach nicht gerade wirklich viel Mühe. Also... Da gibt es andere Publisher-Entwickler, die sich deutlich mehr Mühe geben. Und dass das Spiel dann so erfolgreich ist, mit den Fails, was die Entwickler hier einbauen, ist eigentlich traurig. Das haben sie nicht verdient. Meine Meinung. Ja ganz ehrlich, der Content in dem Spiel ist echt unter aller Sau. Das einzige was geil ist, seit langem ist die Legendary Edition von Destiny, wo du für 60€ das Hauptspiel alle Erweiterungen kriegst. Das ist meiner Meinung nach ein richtig cooler Deal. Aber alles andere ist echt übertrieben. Ich meine, es ist besser hier als gar kein Content nachliefern. Ja, es ist ja immerhin kostenlos. Aber trotzdem, es ist halt eintönig. Destiny ist halt einfach eintönig. Und das beweisen sie auch jedes Mal aufs Neue, weil immer wieder dasselbe kommt. Wie zum Beispiel hier die zwei Maps, die sie nicht abwechslungsreich gestalten können. Das ist leider immer dasselbe. Und das ist echt ein bisschen traurig. Boah, Schluss damit! Wir versuchen hier zu gewinnen. Auch wenn es nicht leicht werden wird. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass es einfach wird. Komm schon. Wir sind letzter momentan. Nicht schön, aber selten. Obwohl wir die meisten Kurven eigentlich echt geil kriegen. Aber irgendwie taugt es dann trotzdem nichts. Komm schon, komm schon, komm schon. Schön hier durch. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Den kriegen wir nicht mehr, glaube ich. Oh, da kommen wir lieber von der Straße ab hier. Oh scheiße, jetzt habe ich noch die Abkürzung verpasst. Komm, 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 komm. Man müsste irgendwie noch einen extra Schub kriegen können, wenn man irgendein Portal so richtig geil kriegt irgendwie. Keine Ahnung. Aber die Schubs, die sind immer nur saukurzteilig hier. Boah, ich bin hier echt der schlechteste Racer in dem Game gerade. Das ist eine krasse Gruppe. Hey, du bleibst doch so leicht überall hängen. Jede Kante, die es gibt, nimmst du mit. Tore. Letzte Runde. Du bleibst den Schub und halte dich fest. Ich benutze den Schub schon seit zwei Runden. Das bringt mir aber nichts. Ah, das ist auch kacke, hier in der Pfütze rein zu starten. Das bremst sich jedes Mal aus. Das ist klüger dort nicht rein zu springen. Lieber ein bisschen außerhalb und dann die Kurve richtig cool kriegen. Also die Zeit zu verschwenden. Oh, die haben wir mal geil gekriegt. Ab und zu gibt es auch geile Dinger hier, die wir mitkriegen. Komm, lass uns die Abkürzung jetzt mal holen hier. Nein! Als einziger die Abkürzung nicht gekriegt, ist das traurig. Naja, jetzt haben wir es nicht anders verdient, als letzter zu werden. Hier auch noch hängen bleiben. Ist jetzt eh wurscht, sind eh schon letzter. Da ist es eh schon egal. Hier nochmal rumgrinden. Und auf zum Ziel. Auch wenn wir letzter sind. Scheiß egal. Ist echt scheiß egal. Ja, wir haben alle Sieger. Ich bin der einzige Loser hier. Naja. Dafür haben wir mit am meisten Portale hier passiert. Aber das bringt mir auch nicht den Sieg. Die meisten Portale, damit habe ich auch nicht gewonnen. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Als Trostpreis kriegen wir jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 3 Euro Gegenstand oder so. Das wäre es doch. Das wäre doch cool. So viel Glück haben wir aber sicherlich nicht. Lichtpartikel. Naja. Immerhin. Alter, und wenn das Ding vorbei ist, kriegst du die Runden hier richtig geil, ne? Dann kriegst du jede Kurve richtig cool. Nur im Rennen hast du verschissen. Gucken wir mal. Und. Wir haben was gekriegt. 2,81. Scheiße. Hm. Kacke. Nicht gerade geil. Nicht gerade geil. Eigentlich schon wieder nur Pisse hier bekommen. Jo Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns oder hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann, ihr Destiny-Süchtigen. Tschüss.